Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, was ganz konkret die Konsequenzen davon sind, wenn das kollektive Bewusstsein anhebt. Let's go! Was meine ich damit? Ich hatte bereits eine Podcast-Folge zum Thema Bewusstseinsskala oder auch Bewusstseinsstufen des Dr. David Hawkins hochgeladen, hier auf YouTube, die ich selbstverständlich in der Beschreibung verlinken werde. Gerne und herzlich lade ich dich natürlich dazu ein, prinzipiell meine Playlist Levels of Consciousness, Spiral Dynamics und so weiter und so fort anzuhören. Da hatte ich einige Podcast-Folgen hochgeladen mit eben genau dieser Thematik, nämlich, dass die Menschheit kollektiv in der Force-Energie schwingt und eben nicht in der Power-Energie. Und gerade mal nur ein paar wenige Individuen weltweit in der Power-Energie sind und somit die Menschheit insofern ausgleichen energetisch, als sie sich eben nicht selbst zerstört. Wobei wir heutzutage wieder näher denn je dran sind, den bekannten roten Knopf zu drücken, dass uns alles um die Luft jagt und Menschen sterben. Ja, der Planet stirbt und so weiter und so fort. Stichwort Atompombe, dies, das, du weißt Bescheid. Und wenn dich diese Begriffe Power und Force näher interessieren, musst du erstmal diese Folge anhören. Wie gesagt, ich verlinke dir die in der Beschreibung, das würde jetzt den Rahmen sprengen und vor allem wäre das dann auch einfach eine Wiederholung dessen, was quasi schon da ist. In dieser Folge geht es darum, was jetzt konkret die Konsequenzen wären, wenn die Menschheit eben kollektiv aus der Force in die Power anhebt mit ihrem Bewusstseinslevel. Also kurz gesagt, Force-Energie ist die Gewalt, die immer nur kurzfristig Ziele erreicht, aber nie nachhaltig, nie langfristig. Damit sind bestimmte Emotionen verbunden, die individuell wie auch im Kollektiv sichtbar sind. Ja, also Angst, Frustration, Neid, Eifersucht, Hass, Traurigkeit, Frust, Depression. Ja, ein bisschen höher schwingend wäre dann schon wieder die Wut, der Ärger. Und, sage ich mal, neutral wäre dann eine Stufe schon, ja, wobei das wäre dann schon Power-Energie. Also Neutralität wäre schon in der Power-Energie, ja, weil man dann nicht mehr irgendwie neidisch auf irgendwen giert oder blickt oder, ja, irgendwen was wegnehmen will, rummanipulieren muss, mit Gewalt was erreichen muss, ja, Ellenbogengesellschaft, du weißt, ja. Und Power-Energie ist sozusagen ab Neutralität, Mut, das ist so der Wert ab 200. Also Dr. David Hawkins, der amerikanische US-Psychiater, hat eben dieser Bewusstseinsskala verschiedene, ich sag mal, Nennwerte zugeordnet. Und diese wiederum sind mit den einzelnen Emotionen und damit mit den einzelnen Schwingungen verbunden. Also wie gesagt, Force-Energie mit sehr niedrig schwingenden Emotionen verknüpft, wie eben Angst, Furcht, Depression und so weiter und so fort, Verzweiflung. Und Power-Energie dann ab dem Wert 200 aufwärts, eben Neutralität, Courage, Zuversicht, Liebe, Mitgefühl und so weiter und so fort. Und das kann natürlich jeder Mensch für sich herausfinden, wo er da aktuell ist und wie er diese Bewusstseinsskala entlanghangelt. Also wie er persönlich aus der Force in die Power-Energie kommt, ja, von Negativen in positive Emotionen. Und das ist nicht nur ein Tagesprojekt, sondern ein lebenslanges Projekt. Also klar, du fängst es jeden Tag von Neuem an, aber es ist auch ein lebenslanges Werk, an das sich letztlich jeder Mensch machen muss. Ob er das jetzt bewusst tut oder unbewusst, ist wieder eine andere Geschichte, ja. Aber wenn du erstmal von dieser Skala weißt, dann kannst du dich deiner Verantwortung nicht mehr entziehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Kollektive, ja, also Familienkonstrukte, Gemeinschaften, Städte, Bundesländer, Bundesstaaten, Länder, ja, Planet Erde. Ja, du siehst schon, man kann immer weiter rauszoomen. Was ist also jetzt nun die Konsequenz, wenn das kollektive Bewusstseinslevel aus der Force, also aus der Gewalt, in die Power, in die wirkliche authentische Macht, die eben nicht auf Unterdrückung aufbaut, ja, sondern auf Mitgefühl, auf Zusammenhalt, auf Solidarität, auf Zukunftsvisionen, ja. Was geschieht, wenn die Menschheit in dieses Level der Power-Energie ansteigt, anhebt, und zwar kollektiv, wie gesagt, jetzt nicht nur ein paar Individuen, sondern kollektiv die gesamte Menschheit. Nun, dann werden erstmal Weltanschauungen, die unterhalb dieses 200er-Levels, also die in der Force-Energie angesiedelt sind, die werden immer inakzeptabler, ja. Also, Respektlosigkeit gegenüber anderen Kulturen wird einfach inakzeptabel. Hass gegenüber einer anderen sexuellen Identität oder Orientierung, anderer Lebensweise, ja, anderer Herkunft, eines anderen Glaubens, all das wird inakzeptabel. Rassismus ist inakzeptabel. Ja, man braucht gar keine Schilder mehr an Schulen und so weiter. Auf der Firmen-Homepage, wo man schreibt, wir sind diverse, wir sind bunt, weil das eine Selbstverständlichkeit ist, ja. Du würdest ja auch nicht in deinen Lebenslauf schreiben, ich putze mir jeden Tag die Zähne. Das erwartet man eigentlich, dass du das als erwachsener Mensch schaffst, ja. Und genauso musst du es dir vorstellen. Respektlosigkeit, Hate Speech, Ausgrenzung und Rassismus, all diese Dinge, Diskriminierung, ja, all das ist einfach inakzeptabel. Auch Umweltverschmutzung ist inakzeptabel, ja, weil die Umweltbewegung natürlich zunehmend an Einfluss gewinnt. Wir merken das im Rahmen von Klimaaktivisten. Wir merken das an zunehmenden Debatten, die sich um diese Thematik drehen. Und, ja, man merkt auch, hey, diese ganzen Diskussionen zwischen linken und rechten Parteien, die sind letztlich, ja, auch irrsinnig, weil man einfach checkt, hey, es gibt ein großes gemeinsames Ziel, ja, jeder verbindet sich mit seinem sogenannten Higher Self, mit seiner besten Version. Du musst nicht warten, bis du, ja, bestimmte Ziele erreicht hast. Du kannst bereits heute so handeln, als wärst du schon dein bestes Zukunfts-Ich. Und wenn das die kollektive Menschheit macht, dann merkt man auch, dass Parteien in dem Sinne überflüssig werden. Die Rechten müssen nicht mehr die Linken attackieren und umgekehrt, ja, sondern man besinnt sich einfach auf gemeinsame Visionen und hört auf, die ganze Zeit irgendwem irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben, ja. Genauso Kriege natürlich inakzeptabel, ja, also maximal inakzeptabel. Du wirst dann nicht mehr hören, dass dieses Land jenes Land überfallen hat, dass dieses Land jenem Land mit Raketen droht und so weiter und so fort. Das ist so inakzeptabel, wie eben das Nicht-Zähneputzen. Also das wird dann gar nicht mehr weiter diskutiert, das ist einfach der Standard, ja. Also keine Kriege sind dann so Standard wie Zähneputzen, ja. Und natürlich auch ganz wichtig, Kauf und Konsum von Gütern, also dieses materialistische Leben, dieses Haben, Haben, Haben. Ich will noch mehr, es geht um mich, ich will glücklich sein. Ich zuerst, dieser Egoismus und dieser Fokus auf Konsum und materiellen Besitz wird auch abnehmen, je weiter die Menschheit in ihrem kollektiven Bewusstseinslevel angehoben ist, ja. Und das ist natürlich spannend, weil man sich fragt, okay, und wie lange dauert das noch? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber wenn du dich umguckst, dann merkst du, hey, es tut sich schon was, ja. Also Stichwort Klimapolitik und so weiter und so fort. Und es ist ein geschärftes Bewusstsein da, wie es vor Jahrzehnten noch nicht da gewesen ist, ja. Und so sehr uns manchmal eventuell bestimmte Debatten und Themen in den Medien nerven, so sind sie dennoch, wenn man wieder rauszoomt und auf die Metaebene geht, ein Teil dieses Bewusstseinsanstiegs, der eben Teil eines Prozesses ist, der sowieso nicht mehr aufzuhalten ist. Deswegen lade ich dich auch an dieser Stelle dazu herzlichst ein, immer wieder in die Beobachterrolle zu gehen, die Ereignisse des Lebens nicht so nah an dich heranzulassen, sondern einfach als Beobachter wie von einem Kinofilm zu gucken und zu sagen, aha, interessant. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin mit der Bewusstseinsskala von Dr. David Hawkins. Wie gesagt, ich werde die verlinken in der Beschreibung, damit du, falls du noch nicht weißt, was es damit auf sich hat, dir davon ein Bild machen kannst. Keep it in Villa. Ciao.